Einmischung erwünscht, das ist Grundnahrungsmittel für unsere Demokratie. Einmischung erwünscht ist notwendig in Zeiten, wo wir umgeben sind von Demokratiefeinden. Einmischung erwünscht heißt, sich als Verfassungsschützerin im wahrsten Sinne des Wortes einzumischen für den Erhalt unseres Artikel 1, der Würde des Menschen, die unantastbar ist, und zwar für jeden Menschen. Für den Artikel 6, Schutz von Ehe und Familie, wo ja nicht steht, heterosexuelle Ehe oder deutsche Familie, heißt vor allem Einmischung erwünscht, wenn es darum geht, dass wir unserer historischen Verantwortung gerecht werden und dass wir zeigen, was Schutzverantwortung bedeutet für Menschen, in Schutz, die Schutz brauchen, die Hilfe brauchen, das heißt Einmischen für den Erhalt unseres Artikel 16 des Grundgesetzes.